Stellen Sie sich vor, der Geschäftsführer Ihrer GmbH hat durch seine Entscheidung einen erheblichen Schaden im Unternehmen verursacht. Können Sie ihn dafür haftbar machen? In diesem Video zeigen wir Ihnen, wann und wie eine Schadensersatzklage gegen einen Geschäftsführer möglich ist und was Sie dabei unbedingt beachten müssen. Hallo, mein Name ist Boris Jan Schiemczyk, ich bin Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und Gründungsgesellschafter der Kanzlei Rosum Partner. Ich befasse mich regelmäßig mit den Fragen der Geschäftsführerhaftung und mit Klagen gegen Führungskräfte. Heute beleuchten wir den Schadensersatzprozess gegen Geschäftsführer. Hier ein kurzer Überblick zu den behandelten Themen. Eingangs besprechen wir, wann eine Klage in Betracht kommt. Wie läuft so ein typischer Prozess ab und wer muss was beweisen? Unter 3 beschäftigen wir uns mit der Frage, wie eine professionelle Vorbereitung einer Schadensersatzklage aussehen sollte. Und abschließend gibt es eine kurze Zusammenfassung. Ich schlage vor, dass wir direkt starten. Let's go! Wann kommt eine Klage gegen den Geschäftsführer in Betracht? Zunächst einmal. Eine Klage gegen den Geschäftsführer setzt voraus, dass dieser tatsächlich seine Sorgfaltspflichten verletzt hat. Die Pflichten des Geschäftsführers sind vor allem im GmbH-Gesetz festgelegt und umfassen die Pflicht zur ordnungsgemäßen Buchführung, die Einhaltung des Wettbewerbsverbots oder auch die Beachtung der betrieblichen Compliance-Vorgaben. Wenn der Geschäftsführer diese Pflichten verletzt und dadurch ein Schaden entsteht, haftet er gegenüber der GmbH. Beispiele für solche Pflichtverletzungen sind unzureichende Risikoanalysen bei wichtigen Managemententscheidungen oder persönliche Bereicherungen auf Kosten der GmbH. Stellen Sie sich vor, der Geschäftsführer schraubt künstlich den Gewinn hoch, um seinen erfolgsabhängigen Bonus zu erhöhen. Der erhöhte Bonus sowie die erhöhten Körperschafts- und Gewerbesteuer stellen dann den Schaden dar. Diesen Schaden können die Gesellschafter vom Geschäftsführer zurückholen, im Zweifel im Klagewege. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie läuft der typische Prozess gegen den Geschäftsführer ab und wer muss im Gerichtsverfahren was beweisen? Ausgangspunkt ist immer, dass im Unternehmen ein Schaden festgestellt wird. Nicht selten liegt die Schadensverursachung in der Vergangenheit und der Geschäftsführer ist nicht mehr für das Unternehmen aktiv. Typischerweise wird das Unternehmen den Geschäftsführer oder einen ehemaligen Geschäftsführer zunächst durch anwaltliche Schreiben zum Ausgleich des entschadenden Schadens auffordern. Der Anwalt setzt eine Zahlungsfrist. Kommt es innerhalb der Frist zu keinen konstruktiven Gesprächen oder lehnt der Geschäftsführer kategorisch eine Zahlung ab, wird die GmbH die Klage einreichen. Wichtig zu wissen ist, dass der Geschäftsführer nicht vor dem Arbeitsgericht, sondern vor dem Landgericht verklagt wird. Dies gilt auch für den Fremdgeschäftsführer, also für den Manager, der über keine Beteiligung an der Firma verfügt. Das Gericht stellt die Klageschrift dem beklagten Geschäftsführer zu. Dieser verteidigt sich mit einer Klageerwiderung, in der er auf Vorwürfe eingeht und alle denkbaren Entlastungsgründe darlegt. Zum Beispiel, dass zu seinen Gunsten eine Entlastung beschlossen wurde, er keinen Schaden verursacht hat oder dass Verjährung vorliegt. Bitte beachten Sie, dass beide Parteien, also die GmbH als Klägerin, als auch der Geschäftsführer als Beklagter vor Gericht zwingend von einem Anwalt vertreten werden müssen. Vor dem Landgericht herrscht immer der sogenannte Anwaltszwang. Während des Gerichtsverfahrens werden beide Seiten den Sachverhalt und ihre Argumente darstellen. Wie so oft werden bei komplexen Verfahren, wie bei den Mänderschaftungsprozessen, die Schriftsätze mehrfach ausgetauscht. Beide Parteien benennen und bieten dem Gericht Beweismittel an, um ihren Vortrag zu stützen. Präsentiert werden zum Beispiel Dokumente, Zeugen, Sachverständige. Die Beweislast ist im Rahmen von Mänderschaftungsprozessen etwas komplex. Bei der Frage, wer was vor Gericht zu beweisen hat, gilt folgendes. Die GmbH muss darlegen und beweisen, dass der Geschäftsführer durch seine Handlung einen Schaden verursacht hat. Nachvollziehbar begründen muss sie auch, dass der Geschäftsführer pflichtwidrig gehandelt hat. Der Geschäftsführer trägt dagegen die Beweislast für die Einhaltung seiner Sorgfaltspflichten. Das bedeutet, er muss nachweisen, dass er sorgfältig gehandelt hat oder dass der Schaden auch bei sorgfältigem Handeln eingetreten wäre. Das Gericht setzt schließlich einen Termin für die mündliche Verhandlung an. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wird das Gericht die Parteien anhören. Üblicherweise versucht das Gericht einen Vergleich, also eine Einigung herbeizuführen. Das Gericht erörtert mit den Parteien den Sachverhalt und die Rechtslage. Es kann Hinweise geben, wie es den Sachverhalt und die Rechtslage vorläufig beurteilt. Scheitert der Güteversuch und eine Einigung zwischen den Parteien, wird das Gericht einen Beweisbeschluss erlassen. Es beschließt, welche Beweise erhoben werden müssen. Danach folgt die Beweisaufnahme, zum Beispiel die Vernehmung von Zeugen. Nach der Beweisaufnahme wird die mündliche Verhandlung fortgesetzt. Beide Parteien erhalten die Möglichkeit, nochmals den gesamten Prozessstoff rechtlich zu bewerten und die wichtigsten streitigen Positionen zusammenzufassen. Schließlich stellen die Parteien ihre Anträge. Wenn der Streit urteilsreif ist, erfolgt die Urteilsverkündung. Dabei gilt nicht der Grundsatz alles oder nichts. Wenn das Gericht der klagenden GmbH nicht in allen Punkten folgt, erhält sie nur teilweise recht. Konnte die Verteidigung des Geschäftsführers beim Gericht richtig punkten, wird die Schadensersatzklage der GmbH abgewiesen. Dann wird das Gericht auch festlegen, dass die GmbH die Prozesskosten des Geschäftsführers tragen muss. Ein Urteil wird immer schriftlich begründet und schließlich beiden Parteien zugestellt. Wenn keiner der Parteien Berufung gegen das Urteil des Landgerichts einlegt, wird das Urteil rechtskräftig. Wie sieht die richtige Vorbereitung der Schadensersatzklage aus, damit die GmbH den Prozess gewinnt? Ein Managed-Haftungsprozess ist immer komplex und umfasst viele rechtliche und tatsächliche Fragen. Eine gut vorbereitete Klage ist das A und O. Wenn Sie mich fragen, wie die richtige Vorbereitung aussieht, dann empfehle ich Ihnen mindestens vier Schritte. An erster Stelle steht die rechtliche Bewertung des Schadensersatzprozesses. Ein erfahrener Anwalt muss ausgiebig die Erfolgsaussichten der Klage prüfen. Es gibt sehr viele Hindernisse für eine Klage. Hindernisse können auf rein rechtlicher oder prozessualer Ebene liegen. Erst wenn der Anwalt nach intensiver Prüfung grünes Licht gibt, geht es einen Schritt weiter. Von großer Relevanz ist auch die Frage, ob der vom Geschäftsführer verursachte Schaden von einer DNO-Versicherung abgedeckt ist. Eine DNO-Police steigert nicht nur die Bonitätsfrage auf der beklagten Seite. Sie kann in vielerlei Hinsicht taktisch von Vorteil sein. Zum Beispiel kann eine DNO-Police dazu führen, dass am Ende gar nicht der Geschäftsführer verklagt wird, sondern direkt die Versicherung. Dies ist denkbar, wenn der Freistellungsanspruch des Geschäftsführers gegen die Versicherung an das geschädigte Unternehmen abgetreten wird. Nach der Prüfung oder sogar schon im Rahmen der Prüfung der Erfolgsaussichten der Klage empfehle ich die Beweissicherung und Beweissammlung. Alle relevanten Dokumente und Beweise müssen gesammelt, insbesondere wichtige Dokumente und digitale Dateien gesichert werden. Sind die Beweise erst einmal gesichert, tut auch keine Beweisvereitelung. Wenn es um 100.000 oder Millionen geht, sollte man nichts dem Zufall überlassen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die einberufene Gesellschafterversammlung. Voraussetzung für die erfolgreiche Klage ist ein Gesellschafterbeschluss. Die Gesellschafter müssen mit Stimmenmehrheit die Klage gegen den Geschäftsführer beschließen. Ohne Beschluss ist die Klage und der gesamte Aufwand vergebens. Erst dann erfolgt die Einreichung beim Landgericht. Das Landgericht ist zuständig, weil es bei der Managerhaftung immer um hohe Schadensersatzsummen geht. Oft steht mit so einer Klage auch die Reputation der Beteiligten sowie hohe Prozesskosten auf dem Spiel. Mit einer professionellen Vorbereitung lässt sich ein Fiasko vermeiden. Hier nun eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte. Eine Schadensersatzklage kommt in Betracht, wenn der Geschäftsführer seine Sorgfaltspflichten verletzt und das Unternehmen geschädigt hat. Beispiele für Pflichtverletzungen sind unzureichende Risikoanalysen oder der Griff in die Kasse. Der typische Prozess beginnt mit einer Klage beim Landgericht, nicht beim Arbeitsgericht. Im Managerhaftungsprozess werden oft umfassende Schriftsätze ausgetauscht und Beweise angeboten. Kann ein Vergleich nicht erreicht werden, wird es am Ende eines Prozesses ein Urteil geben. Da ein Haftungsprozess gegen Geschäftsführer immer komplex und teuer ist, sollte sich kein Unternehmen eine Klage ohne professionelle Vorbereitung leisten. Zu jeder Vorbereitung gehört eine tiefe Prüfung der Erfolgsaussichten der Klage, das Sammeln und Sichern aller Beweise sowie ein Gesellschafterbeschluss. Ganz wichtig, liegt eine DNO-Police vor, können sich die Spielregeln ändern. Weitere Informationen finden Sie unten in den Shownotes und auf unserer Rosum Partner Homepage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.